Wir gehen Milchweiß, wir gehen's ganz da. Guten Tag, Herr Wolf! Wohin soll ich? Zu meiner Großmutter! Oh, und was trägst du in deinem Kopf? Brot und Wein, damit Omi was Gutes bekommt und sich stärken kann. Und wo bleibt deine Großmutter hin? Noch eine Viertelstunde weiter im Wald. Oh! Unter den drei großen Eichel, da steht ihr Haus. Ah! Ah! Hallo, kleine Frau! Oh! 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 Applaus